Oh ja ja ja! Ja, Mewtwoing! Hit! Easy! Was? Welcher Mewtwo? Ich weh, jetzt ist es wieder so hart laut, dass man keine Ohren mehr hat. Ja, Mewtwoing! Wer hat keine Augen? Stefan! Was? Jetzt willst du den Saatet, gell? Na. Aber Stefan vielleicht. Wer hat drei Augen? Stefan! So. Du bist am Ende vom Ende. Wir sind gegeneinander, du bist ein Panda! Aber du bist brutal! Wir sind am Ende, du bist ein Panda! Nein! Nein! Das reimt sich ja gar nicht! Soll ich wieder machen, oder? Hm. Ja. Lassst du sie mal raussehen? Danke. Fix dich mal, oder? Wo? Wie ist das so? Wie ist es so? Wie ist es so? Oh, oh, chill mal. Es ist klar, du hast einen Dick, wotr. Es ist klar, du hast einen Dick, wotr. Es ist klar, du hast einen Dick. Es ist klar, du hast einen Dick! Was? Was? Ich find es geil, wie ein Down-Sock. You have a dick. Was? Surrender. Surrender. Jetzt geht einer mit drei Zeichen. Der Typ ist so schierig. Kennst du noch fix nicht? Weißt du wer das ist? Einen YouTube. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Haha, boi. Was ist das? Was ist das? Hahahaha. 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 Super Saiyan Barrier. Ja, I've got far beyond that. Ich mach so einen Cock in meinen Arsch. Und du als ein Alli? Has die Welt upside down turned? Ja, ja, ja. Trunks ist mein Hentai. Hahahaha. Dann huß Bando. Ah ja, der Trunks. Ah, soll man da noch Trunks erfahren hat? Sag ich so sicher. Nein, das suchen wir nicht. Wohl, wohl. Soll man da noch Mewtwo erfahren hat? Hahahaha. Hahahaha. Gib einfach den Typ anstatt den Mewtwo. Hahahaha. Der Freezer. Der Frigorifero. Der Frigorifero. Surrender. Der Frigorifero. Hahahaha. Hahahaha. Hat er Mewtwo. Was? Der ist nicht so geil, als ich sieht. Und dann nach den Arsch... Die Geistungsstil, was er wirklich privat handelt. Hahahaha. So hab ich gesehen. Warte nochmal. Hahahaha. Warte, warte. Warte. Du bist so ein Wichser! Du bist so ein Wichser! Warte nochmal. Achso, mein Controller geht nicht mehr. Warte. Mach mal. Du bist so ein Wichser! Es geht nicht! Du bist so ein Wichser! Mit mir hat alles umgefangen. Was? Bist du der Adam? Ich bin der Adam, du bist der Eva. Aber da ist Eva, geil. Oh, hast du den Komo gesehen? Oh, jetzt fett! Ja, geil! Super! Schade, was ist das? Ja, der geile Fitte Kim! Raps Kim hat Kinder verliert! Raps Kim hat Kinder verliert! Ja, der geile Fitte Kim! Raps Kim hat Kinder verliert! Oh, der geile! Nein, nein! Ich geh zum Barrowhaus! Ah, man macht Sex! Ja. Jetzt habe ich das halt full-proud. Hoi Alex! Hoi Hoi! Hoi Alex! Hoi! 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 Jetzt so gut, Steezy Stefan! Hoi Hoi! Hoi Alex! Hoi! 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 Jetzt so gut, Steezy Stefan! Yeah! Das war mal ein Dragon Ball-Schein. Richtig guter Voice-Acting. Richtig perfekt zum Charakter. Genie so. Mit den geilen Mikrofon-Augenungen. Du bist so ein kranker Typ, Lukas. Dein Kimi-Song. Und dann so. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Wo bist du hin? Aaaaaaah! Schau da! Surrender! Was? Der Soccer jetzt. Ja! Surrender! Ja! Oh, lass nur einen Mann- Aaaaaah! Waaaaah! 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 W- Waaaaah! Ich fern muss da genau in die Horde formen. Art umgekehrt. Aber ich find's geil wie die die Characters sich so interagten. Das muss sicher voll geil sein wenn er Dragon Ball Fan ist. Ich find's geil wie so Ja, ich hab mir da auch schon ein bisschen gesagt. Du, Shen. Ich kann nicht pass, weil er so schön ist. Wo ist denn der schön? Kennst du, wenn ein Autist ähm so Cancer hat? Und gleichzeitig Gabbana ist, ja. Genau, und ein Lebra aus seinem Ohr schwächst. Und dann noch einmal so komisch, dass seine Schädeldecke durchsichtig ist und seine Schultern. Aber drinnen ist auch Violett. Ja, ich hab genau das schon gehört. Ja. Der hat wirklich oft zu viel Blas zu gessen. Geil Alex! Präfekt! Präfekt! Geil Lukas! Schirmsdeutsch! Geil Max! Geil опыт! Der ist dein To shoots wein für Ding! Du schiffst Pin pit 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 Season, mit ihm zu spüren defeatingCT. Hide du dauerstice. Jetzt probiere ich die. Schau, jetzt warst du nicht primärisch. Scheiße hat's zocken. Ich glaube der andere ist in Rembrandt schon, weil er Schokolade gegessen hat. Nein, nein, nein. Er war in Charlie's Schokoladefabrik. Man puttana. Jetzt haben sie so eine geschubst und sie hat Diabetes gekriegt und ist auch... Bero! Bis zum nächsten Mal.